Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Skyblog. Ich hatte, ähm, hatte ich das? Achso, ja genau, ich hatte erstmal Kohle ein bisschen gebrannt und den Stein sortiert. Außerdem hatte ich irgendwo, ach ja, genau, ganz viel Stein gemacht. Noch einen Steak normalen Stein und einen Enderman gekillt, glaube ich, wie es aussieht. Und ja, wir machen jetzt auf jeden Fall den See. Dafür müssen wir aber noch eine Ebene tiefer einmal bitte, denn ich würde gerne dort den See machen. Das muss weg. Ähm, auf dieser Ebene will ich den See haben und hier will ich den Rand haben. Da oben nicht. Ich hoffe, ich verbaue mich jetzt nicht so oft mit dem Stein, mit dem Körbe, äh, mit dem normalen Stein, weil das, äh, wäre nicht so schön, ne? Ähm, genau, außerdem, brauche ich, ähm, Glowstone. Haben wir nicht mehr, wie es aussieht. Nein, so, ist okay. Ich denke mal, sechs Glowstone werden reichen. Hoffentlich. Denn ich werde, ähm, ja, unten Glowstone hinsetzen. Und jetzt können wir bald endlich eine neue Maus bestellen. Geld ist da. Äh, ich habe mir noch keine Maus bestellt. Mache ich nachher auf jeden Fall. So, machen, wie machen wir das? Wir machen, so, nach drei machen wir ein Glowstone. Eins, zwei, drei. Wieder Glowstone. Und dann machen wir das, glaube ich, so, dass der See diese Größe hat. Dann, Moment. Drei. Glowstone. Eins, zwei, drei. Glowstone. Und so. Nice, ja, ähm, brauche ich aber noch mehr Glowstone. Eins, zwei, drei, Glowstone. Eins, zwei, drei, Glowstone. Eins, zwei, drei, dann kommt da Glowstone hin. So, von der Größe will ich den See haben. Wir müssen den sogar noch ein tiefer eigentlich bauen. Shit. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ist ja ein See. Ist ja nicht, der muss ja zwei tief sein am besten. Oder sogar drei. Dann machen wir das hier halt einfach ein bisschen höher. Haben wir hier auch so... Ja. Machen wir das denn? Wo mache ich das auf... Ah, auf diese Höhe geht das eigentlich, ne? Ups. Ist okay. Ich, äh, versuche es gar nicht erst weiter. So, ähm, hier kommt kein Glowstone hin. Sondern hier kommt dann Glowstone ran. Ich glaube, wir brauchen definitiv mehr Stein. Das heißt, bis zur nächsten Folge muss ich mehr Stein gefarmt haben. So, dort kommt ein Glowstone rein. Genau. Das dürfte zumindest so sein. Eins, zwei, drei. Zwei. 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 Drei. Zack, 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 zack. Ja. Gut. Da ist ein Endermin. Wir haben noch zwei Stacks Stein. Das ist, äh, nicht so gut. Äh, beziehungsweise nicht so viel. Und das ist nicht unbedingt gut. So, eins, zwei. Drei. Dann kommt dort wieder ein Glowstone hin. Super. Ich markiere den Fleck mal mit einer Fackel. Wo ein Glowstone reinkommt. Und wenn nämlich halt unter Wasser ein bisschen Licht und so... Ist doch recht schön. Würde ich sagen. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Da kommt dann Glowstone rein. Eins, zwei, drei. Zack, zack. Zwei, drei. Ich gehe gleich einmal schlafen. Weil es wird langsam dunkel. Zack. Brauchen definitiv mehr Stein. Scheiß, die Wand dann. Ist das nicht unbedingt so schön. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei. Zwei. Drei. Habe ich hier drei wirklich nur? Ja, nur drei. Okay. Sieht irgendwie nach mehr aus, muss ich sagen. Eins, zwei, drei. Ja, doch, passt. Obwohl, das könnte vielleicht sogar mit dem Stein reichen. Heilige Kacke. Könnte aber knapp werden. Zumindest der Boden könnte reichen. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zack, 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 zack. So. Drei. Zwei, drei. Doch, das reicht. Für den Boden reicht es. Oh mein Gott. Auf jeden Fall nice. Schöne Sache. Könnten wir nämlich eigentlich die Umrandung nicht aus Stein machen, sondern aus, ähm, den Bricks, Steinbricks und so. Ich geh jetzt mal kurz einmal eine Runde Schlaf hin. Zock. Danke. Und dann gucken wir mal. Wir hätten hier ja... Ja, Steinbricks haben wir eigentlich noch recht viele. Das könnte vielleicht... Ich glaube, wir machen das aus Steinbricks, ja. Wir machen das aus Steinbricks. Ich glaube, das dürfte wesentlich cooler aussehen. Ja, wir machen die drei hoch, oder? Machen wir den drei hoch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, zwei hoch... Dürfte auch reichen. Ne, wir machen die drei hoch. Drei hoch ist cooler. Auf jeden Fall. Drei hoch. Wir holen den noch weg. Dann brauchen wir das nicht mehr und das nicht mehr. Genau. Zack, zack. So, dann haben wir schon mal das Podest. Jetzt muss ich erstmal nur... ...nur mal den Rand machen. Und halt darauf aufpassen, dass ich nicht runterfallen werde. Weil wir haben hier ja noch eine freie Fläche. Ein paar Löcher haben wir hier drin. Wir dürften ja auch noch Glowstone drüben in einer anderen Kiste haben. Bei der Monsterfalle. Das heißt, eigentlich dürfte das kein Problem sein, noch ein bisschen... ...Glowstone herzustellen. So, machen wir das mal kurz hier drüben. Zack. Zack, 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 zack. Ah, das war einer zu viel. Ja. Ich liebe dich, Maus. Ich liebe dich. Du bist super toll. Die Sonne blendet. Ah. Okay, für den Rand reicht es auf jeden Fall. Das ist schön. Für noch einen weiteren wird es, glaube ich, nicht reichen. Was hat der für einen Block in der Hand? Was ist der Helle? Kann man hier unten nicht irgendwie eine Anti-Enderman-Falle oder so machen? Langsam nervt es das der hier die ganze Zeit. Zwei sogar? Ist das dein Ernst, Enderman? Ist das dein Ernst, Enderman? Okay. Langsam nervt es nämlich, dass der hier mein... ...meine Sachen klaut. Das haut aber gerade ein bisschen sehr laut. Jetzt ist das ein bisschen sehr leise. Ähm. Noch einen neuen Sand. Danke. Ständig macht er das, ey. Ständig. Komm. Zack. Brauche ich noch kurz die Hoe einmal, bitte. Ups. So. Eine Hoe. Bitte was essen. Danke. Denn genau, hier hat der Enderman... Oder wie war es? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war hier jetzt etwas fehlend. Da hinten auch, oder was? Ist das dein Ernst? Oh Mann. So, sonst ist hier alles okay, ja. Und da ist gepflanzt. Und hier ist auch alles okay. Okay, gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Enderman-Versachen. Nur Probleme, ey. Nur Probleme. Kann ich die Äpfel mal hier unten reinpacken? So, dann... ...hol ich mal eben... ...bisschen Glowstone, ja. Das machen wir jetzt vorher. Äh. Ne, wir haben ja keinen Glowstone drin. Was? Ich kann die Ender-Perlen hier reinpacken. Was haben wir hier noch? Okay. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Haben wir noch... Ja, wir haben ja noch zwei Glowstone, okay. Ich... Immerhin was, ne? Immerhin etwas. Ist nicht unbedingt super... ...das superbeste, aber immerhin etwas. Was? So. Elf. Elf. Elf Glowstone. Elf verdammten Glowstone. Das ist... Wir bräuchten noch ein bisschen mehr. Um ehrlich zu sein. Um ehrlich zu sein, das wäre... Äh... ...vom Vorteil. So, und ich brauche ein bisschen... Ähm... Wie mache ich das? Ich mache das mit Erde. Ja, ich mache das mit Erde. Und Wasser. Wollte ich hier nicht noch irgendwo nur eine endliche Wasserquelle machen? Wollte ich machen. Wollte ich mache das hier. Es ist nur zwei Erde, die uns jetzt gerade verloren geht. Äh... Ich bräuchte vielleicht... Hä? So. Mache ich das... Ja, komm, ich mache das mit Erde. Äh... Wie mache ich denn das? So. Dann brauche ich das Wasser einmal wieder. Danke. Zack. Ich will die Erde nämlich da wieder haben. Eigentlich. Aber egal. Mh... Na doch. Ich hätte die Erde auch da lassen können. Scheiße. Egal. Zack. Und... Brauchen wir noch einmal Wasser. Hallo Enderman. Meine Fresse von den Viechern. Gibt es aber auch viele, ne? Heilige Scheiße. Ich könnte auch langsam mal auf Peaceful oder so einmal stellen. So, von wo hole ich das Wasser denn? Einmal von dort bitte. Ich kann das ja gleich wieder zurückbringen. Ich habe nur keinen Bock, wieder unten auf die Farm zu laufen. Zack. So. Kann ich das jetzt wieder zurückbringen gleich? Zack. Das brauche ich denn gerade nicht. Ich brauche die Axt gerade nicht. Zack. Einmal das Wasser bitte wieder... Dorthin? Ja, war richtig. Und neues Wasser noch einmal holen. Zack. Haben wir da nämlich unsere kleine versteckte Wasser... Wasser... Unendlich Wasserquelle. Unendlich Wasserquelle. Genau. Und dann... Zack, zack. Ich glaube... Ja, ich bräuchte erstmal neue Stonebricks, bevor ich das machen kann, was ich eigentlich machen will. Denn ich will eigentlich, ähm... Halt den Boden einmal komplett ausfüllen mit Dreck. Damit wir... Keine Strömung nach unten haben. Wisst ihr? Bescheid? Wisst ihr, wie ich das meine? Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Dann erkläre ich euch dann andermal nochmal. Ähm... Ja, wir brauchen... All den Cobblestone. So, kommen die 22 kann ich... Okay, aber doch nicht. Ich mach einmal die komplette Kiste voll. Lalalala. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ich hoffe zumindest, dass es reichen wird. So. Ähm... Ja, was machen wir in der Zeit? Ich kann unten schon mal zwei Glowstone wieder hinsetzen. Aber sogar der leuchtet, wenn ich ihn in der Hand hab. Cool. Alter, haben wir schon wieder einen Enderman? Ich hab doch gerade schon wieder einen Enderman gehört, ey. Heilige Scheiße. Da ist er. Dein Ernst. Meine Güte. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Die Endermen sind aber auch nervig, ne? So, dann brauchen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Glowstone. Das heißt, wir brauchen noch eins... Ich muss hier irgendwie wieder hochkommen. Machen wir das erst mal so. Wird später nochmal anders gemacht. Einen... Moment. Wir können den sogar nur zwei tief haben. Ne, warte mal. Ne, ist okay. Ähm. Ja. Wo war ich gerade? Scheiße. Während das Ding kocht, geh ich auf jeden Fall ein bisschen Holz hacken. Wir brauchen eh wieder ein bisschen mehr Holz. Äh. Äh, was habe ich gerade gesagt? Na genau, ein Glowstone. Dann hätten wir ein... Wie viel habe ich gesagt? Brauchen wir... Zwei, vier, acht, ne? Genau. Acht mal vier. Sind 32... Nein, vier... Nein, 32. Ja, ist richtig. Äh, das heißt, wir brauchen noch... Ein bisschen. Ja, wir brauchen 32. Das heißt, noch... 29 Glowstone da hast. Ja. Oh Mann. Was wir das kriegen, ey. Das könnte noch eine Weile dauern, Leute. Das könnte noch eine Weile dauern. So, ich glaube, die Bäume sind abgefällt. Was habe ich gerade für eine Nachricht bekommen? Äh, egal. Zack, 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 zack. Ach ja. Holz, man macht Spaß, ne? Ah, nach dem Holzfilm beende ich, glaube ich, auch den Part. Offscreen werde ich dann noch ein bisschen Glow... Äh, Cobblestone-Farm. Wieder. Und... Jo. Dann haben wir hoffentlich genug Stein... Äh, Stonebricks. Damit wir die Wand zu Ende bauen können. Dann können wir das mit Dreck ausfüllen und jeweils jede Ebene mit Wasser füllen. Einmal. Genau. Dann ernst? Jetzt komme ich da oben nicht an. So. Gut, das dürfte reichen. Okay. Da dürfte kein Holz mehr sein. Ich sehe da zumindest nichts oder habe da keins mehr gesehen. Ähm. Gut, an dem Baum dürfte auch nichts mehr sein. Ich gehe aber noch mal eine Etage höher. Zock, ja, oder auch nicht. Ja. Danke. Sieht hier ein bisschen dunkel aus, muss ich sagen. Kommt vielleicht davon, dass es gerade dunkel wird, aber okay. Super, Doki. Super Schlussfolgerung, muss ich ja sagen. Der Mond blendet. Heilige Scheiße. Vielleicht da oben nochmal... Das alles. Okay. Okay. Dürfte ich eigentlich hier das Holzstück haben, oder? Ich sehe zumindest... Doch, doch. Da noch eins. Ich hoffe, ich habe da hinten keins übersehen. Nee, hier sieht mir das nicht so aus. Nee. Da ist noch eins. Okay. Doch, ich habe da noch eins übersehen gehabt. Okay, jetzt dürfte das aber alles gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Zack. Das mitnehmen. Oh, die Fackeln, da strahlen aber richtig heftig. Hoi, hoi, hoi. Krass, der Shader. Heftig, echt. Das ist ein Apfel. Ein Apfel. Ziemlich viele neue Sepplings. Akazienholz auf jeden Fall. Schöne Sache. Vier Akazien-Sepplings. Dorthin bitte. Zack. Zack. Dann haben wir noch vier, äh, fünf Birken. Setzlinge, sechs, sieben. Ach nee, waren sogar insgesamt acht. Okay. Das ist Akazier. Okay, cool. Hier ist Eiche. Zack, zack. Das sind noch ein paar. Haben wir hier ein bisschen Dschungel-Seat vielleicht? So ein Dschungel-Seat wäre gerade schon ganz gut, ne? Muss ich ja sagen. Scheiße. Haben wir gerade keinen Dschungel-Seat bekommen? Dein Ernst? Nicht? Ja, noch drei Akazier, ja. So ein Dschungel-Seat wäre aber irgendwie, finde ich, ganz cool. Ich gehe mal kurz schlafen. Das ganze Licht von den Fackeln irritiert mich so ein bisschen. Ich weiß ja nicht. Oh Gott. Für euch in der Aufnahme sieht es ja noch schlimmer aus, habe ich das Gefühl. Hei, hei, hei. Noch kontrastreicher. Hei, 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 hei. Okay. Naja. What soll's. So, irgendwo hier muss jetzt noch ein Dschungel-Seat her hängen kommen, Alter. Irgendwo. Komm schon. Da ist, was? Nein, das ist der Akazier, ne? Ansonsten haben wir keine Dschungelbäume mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir noch... Wir dürften, glaube ich, in der Kiste auch keinen mehr haben, oder? Ich meine, die wachsen ja nicht. Schwarzeiche und Dings. Oh, hier ist der Akazier drin. Hm, Eichensetzling, äh... Hier vorne noch ein paar... Kein Dschungel-Seat. Hm. Ja, dann nehme ich halt noch mehr Akazienbäume. Ach, Dschungel brauchen wir eh nicht. Haben wir... Ach, das haben wir da... Das haben wir nur genutzt. Ich glaube, Tropenholz haben wir genutzt, um das da zu machen, ne? Oder war das... Ne, ich glaube, das war Akazier. Ich glaube, Tropenholz haben wir noch gar nicht genutzt. Hm, egal. Tropenholz, das Holz, das Holz, das Holz. Bisschen wieder aufgefrischt den Holzvorrat. Gucken, wie weit unser Stein ist. 20 Minuten aufgenommen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich farm in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen Kobbel, Stone. Und... Dann sehen wir uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.